Ich wollte nie der nächste Bruce Lee sein. Ich wollte nur der erste Jackie Chan sein. Bist du eine Kopie oder du selbst? Wenn jeder etwas Gutes tut, denkt man drüber nach, was das für eine gute Welt sein würde. Hast du heute bereits eine gute Tat vollbracht? Warum ich Jackie Chan geworden bin? Hauptsächlich deswegen, weil ich sehr hart arbeite. Wenn Leute schliefen, trainierte ich immer noch. Tust du bereits alles, was nötig ist, um deine Ziele zu erreichen? Wer sich keinen Menschen und Sehnsüchten hingibt, dem wird auch nie das Herz gebrochen. Aber hat man dann wirklich gelebt? Wie ist dein Gefühl? Lebst du dein Leben schon in allen Facetten aus? Nichts macht mich entschlossener, als wenn jemand mir sagt, dass etwas unmöglich ist. Spornt es dich auch an, wenn dir gesagt wird, dass etwas nicht funktioniert? Spornt es dich ist, approach zu spizien. Ich möchte dich schon wieder auf den Ziem��.